Sommerpause 2024 Edition Auro macht Ferien und wird am 18. Juli mit einer High-SMP-Story zurückkehren. Damit bis dahin keine Lesenot entsteht, haben wir eine Geschichtensammlung rund um das Thema Urlaub und Reisen zusammengestellt. Wir wünschen verführerisch sinnliche Momente, eine schöne Urlaubszeit und das Beste, was der Sommer zu bieten hat.